ARD Text im Auftrag von Funk Gleich alle tot. Ich kill den, ich kill den. Erschte mich zähnen! Lächerlich! Alter, 60k! Hör auf, so zu wehren! Alter, voll an! Kuschelstein! Alter! Ah, hilf doch! Ja, hab ich eben. Oh, danke. Oh, ich verrecke euch mega schnell. Wo bist du? Ne, ne, jetzt halt nicht, aber allgemein. Gnallt! 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 Das ist halt... Hahahaha! Gnallt! Jaa! Gnallt! Hör auf, ich lebe endlich! Sehr! Tord! Gnallt! 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 Oh, Fache, klar. Für wieder so ein Monster. Viecher schaffen. Oh, ja. Rügel! Ihr kommt erst für mich! Wohin sind Sie sich! Du bist doch dumm! Ach, oben steht so ein kleiner. Das ist ein better schooler, steht da auch. Hier oben kannst du nicht killen. Joa. Hier oben hab ich nen Gnallt gerade eben erschaffen. Du bist ein dummes Kind, weißt du das? Hey, guck mal, was gleich da herläuft. Ah, sie kloppen sich gegenwärtig tot. Du bist los! Ich hab den Tippe sowieso gar! Warum schließt es auf Freunde? Alter! Das ist so hardcore ungeil. Was? Das ist so hardcore ungeil. Du hast nen Gnallt hinter dir, nicht wahr? You don't say. Ja. Und weißt du, wer auch da hinten wartet? Super badass Riesengallt? Ja, sowas in der Art. Oh, ne, eine superschwere Masse der Zerstörung. Schon wieder? Ja. Und der macht derben Flächenschaden. Brauchst du Hilfe? Ich krieg mich an nem Kleinen hoch. Aua. Du musst mich verpissen. Okay, mal schweb nur oben. Oh, Alter, wenn du in so schnelle Abfolge 12k reinkriegst. Julian, helf mir! Du zu wehren! Was kriegen, Nico? Näh! Du helf mich nicht auf! Nichts! Hilf mich auf! Ich mach dich fertig, du Hure! Boah, Alter, Ganserken ist gerade so tödlich mit dem Gegner. Er ist tot. Andere Gulab ist, Alter. Oh, ich bin tot. Aber guck mal, ich bin nicht mehr. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Der sprichnd Zähnen. Alter. Nein! Der soll nicht dick werden! Der soll wohl kack nochmal sterben. Alter. Alter. Ja, das war's. Was willst du? Julian? Du bist der größte Badass aller Zeiten. Und du hast die Aufnahme überlegt. Stolz nenne ich dich einen Slap. Ich bin deine Mutter, Digga. Auch zu den Leuten, die hier zugucken. Oh ja. Ich bin deine Mutter, Digga. Ja, geil. Wir sind alle so stolz, dass du unsere Freunde im Brüssel getötet hast. Du bist einfach nur Coop. Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Läuft. Warte mal, hier oben gibt's sicher noch Loot. Okay, dann gehen wir noch mal kurz hoch. Da war vorher noch ein sarkastischer Slap. Da hab ich noch gekillt. Oh, fette Schilder ab Level 43. Alles sind besser als meins. Ja? Zeig mal her. Ja. Komm, ich lauf mal rüber. Ja. Wiii, wiii. Hast du dir schon einen genommen? Ja. Wer für mich am besten ist. Guck ich mal kurz. Da hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörser. Äh, Nico? Ja? Er schießt wieder Mörser ab. Er setzt Mörser ein. Oh, verdammt Slap. Komm mal ran. Wir müssen diese Mörser aufhalten. Sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft. Folge mir. Jack muss einige Transmitter gesetzt haben, um seine Mörser zu leiten. Wenn dir die Transmitter nicht zerstören, sind wir geliefert. Oh, der Jack, ey, der kotzt einfach megamäßig an mit all diesen verkackten Viechern, die er hat. Ich mag Jack. Ja, ich mag ihn auch. Er hat sowas vom klassischen Opa. Ja. Irrsorglich und dann fickt er dich in den Arsch, oder was? Ja. Kommt hin. Scheiß, ihr kennt dieses Bild hier, ähm, LOL, Grandpa is the best. Nein. Wo die eine auf dem Bett liegt und ihr Opa easy leckt. Ah. Ich schick's dir nochmal. Das ist natürlich nicht so geil. Es gibt dem Bild, Grandpa is the best, natürlich eine ganze Weile berührt. Der Slap King. Oh. Warloader. Woaaaaaah. Ich steh auf ihm. Ich bin tot. Verdammt! Der Transmitter hat ein Reflektorschild! Warte, ich schalte ihn aus. Oh, mein Öhrchen juckt wieder. Feißes Ohr, Alter. Ich kann's mal packst du dir ab irgendwann. Nervt richtig. Nervt richtig. Du gehst durch. Du gehst durch. Tube Muni haben wir wieder. Ich brauche deine Hilfe. Weg. Da war wieder Tube Muni, ne? Ja, hab ich gehört. Ja, du stirbst doch so. Zell dir sie'm Slap! Hat Brick überhaupt einen Lebensbalken, der runter geht? Ja, hat er, aber einen ziemlich großen. Momentan kann er nicht sterben, ne? Ah, okay. Das ist natürlich gut. Lebt der immer noch? Ja. Hey, Gemma. Jo. Gemma. Gemma-Musik. Der Typ, der bei der Gemma, die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Ja, mach mal. Lackt bei mir wieder ein wenig. Lackt es bei dir echt? Also was machst du? Ich hab keine Ahnung, aber ich hab wieder nicht so eine geile Framerate. Hier oben sind vielleicht ein paar interessante Schrotsen für dich. Ja? Komm mal hier hoch Nico. Nützt er weiter auf, ne? Ja. Du kannst ja voll sein. Komm ich da hoch? Hier vorne sind die Leute. Oh, nice. Ich muss dringend das nächste Level erreichen. Ja, ich hab so viel geilen Scheiß fürs nächste Level. Du gehst mit mir Slab! Momentan leveln wir echt grad so hinterher so immer ein Level. Läuft aber noch. Brauch mal auch noch. Ja, aber gar nicht. Bisschen erst den Gegner nicht. Möge es gerecht, viele Gegner zu denken daran. Wir haben immer geöffnet. Oh, Alter. Was? Wollte ich mal... Oh, fuck. Wer ist das, oder? Tritt, da kommt noch einer. Lass doch nach, meine Fresse. Tube. Ja, muss ich glaube ich auch. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Echt Tube. Ich muss nachladen. Ja, ich hab genug Muni dahinten, das Ding. Ne, muss nicht tuben. Ich hab mich schon. Kannst du mich da mal holen? Ich musste grad gucken, dass ich jetzt... Wenn wieder da... Ach, gleich... Jetzt lass ihn nicht nehmen. Ich kann dich sofort wiederbeleben. Ja, aber... Ja. Mach mal. Ja, lass Brick gegen den Kämpfen, ist doch egal. Jetzt kannst du mich holen, wenn du Bock hast. Hat mich erwischt. Die, was heißt, Stampfattacke. Von Daute kannst du nichts töten. Sehr verbunden. Okay. Jawoll. Halt ernsthaft die Feiermann-Charakter. Von Daute kannst du nichts töten. Sehr verbunden. Natürlich. Sehr. Natürlich. Und weg... Alter. Genau. Kurz vorm Tod. Das hat Spaß gemacht. Krasser Job heute, Slap. Wir sehen uns dann in Sanctuary. Oh, nur damit es reicht. Meine Slaps werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, nicht zu töten. Nee, ich muss mal ein bisschen neu starten. Weil sie schon mal die Noten sind. Also nur kein Mitgefühl, wenn du sie umlegst. Hab ich auch nie. Ich bin Spitte! Da ist ein einäumiger Bandit mit drin. Das ist ein Westes von allem! Oh Mann, ich muss nachladen. Ich... Sag, sitch dich! Lack mich, willst du mich was holen? Ich könnte den Begriff nicht mehr erfunden haben. 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 Ah! Okay. Ich schieße auf den Körn da ran legen. Du! Jetzt! Tut weh! Ich werde keine Muni mehr helfen. Oh! 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 Jawoll! Deine. Das ist so bescheuert. Das ist so verdammt bescheuert. Das war der SMG, kann ich dir? Ja, ja. Ich habe eine Schublade im Arsch. Geil dann. Äh... Glaubt, das war die hier. Weil ich bin mir ja nicht ganz sicher. Konntest du die tragen? Welche? Die Anpassung? Ja. Ach, die SMG. Ja? Keine Ahnung. Das ist eine Schrotz die du mir rausgeworfen hast, die Bauer. Also. Gehen wir zurück nach Sanctuary und... Gehen wir zurück.